Musik Das ist der tiende Teil der Palma-Sola-Geschichte. Freund, ich lebe hier als Olle-Neubert bevist, dass ich zentral geworden bin, aber ein Nummer 8, Du Fienter kam, und dann habe ich Nummer 9 gemerkt mit Knalls Thyssen und John Bolt, und dann Nummer 10 fang Du Fienter weiter an, so nu wurde ich ändert, dass ich zentral sein. Vielleicht freut mich noch nicht länger. Ja, gut und nubend. Es sei ja nicht schwierig sein, dass ich zentral deine Geschichte. Du kannst, wenn du was von dir anstatt zu verteilen. Morgen war er gleich noch ein paar Minuten ab einem Mal das, dass es alles geht. Dann konnte ich mit dir alle taubstellen, dass alle nicht essen. Ich konnte keine Warte mal eine Frau stellen. Aber ja, ich würde sagen, dass ich hier eine Geschichte habe. Dann wollte ich die Nummer und die Nummer und die Nummer und die Nummer, die ich dann auflösen würde. Ja, Leitha, um die Brünn. Ja, das Nummer, das ist ja nicht mehr. Das andere. Das andere sind 41 für den wirtschaftlichen cinco, die ich kauft. Aber ich würde noch mal reden und ob ich es so leih. Ja, das ist mir am Anfang, die dastehen. Ich bin von Scharauwakolonie. in der Tauerkolonie und ich bin auf Jenta und wir haben die Schwester in meiner Tauerkolonie ja und ich fuhr eigentlich einen Soz fuhr ich in der Stadt und wir haben noch nicht befrieden, ich fuhr ich nur in der Stadt und fuhr ich meine andere nur frieden und meine Tauber da fuhr meine Schwester dort besägen das meine Nächte und Pfarrer, mein Onkel und Tante ja und ich versprühte mich dort und fuhr ich da an und fuhr ich meine Mialdu dann fuhr ich die Frau schauen und wir befrieden und so und dann wohnen wir da wir haben noch eine große Stütze befrieden und dann kommen die von Kampo 8 hier in der Darbscholze und da ist ein aus wie ich ich wollte Schollehrer sein an der Darbscholze dann sehe ich, ich würde mich da selber besägen dann fuhr ich da weg und dann sehe ich an dem Weg, dann würde ich nur in der Darbscholze kommen wo ich was sagen dann an dem Weg, dann fuhr ich da auch an und versprüche dort ja und wo die Sommerscholte dann nicht stark wird dann kann ich die Scholze ansehen dann würde ich so sagen, dass du hier fuhr kommst wenn du drei wirst mit deinen Schwieraldren wie wollen die da an führen und wenn du ab 1 2 3 noch Scharau ertraten und deine älteren, wie wollen die da auch an führen wie du das nicht betont dann würde ich sagen nur du bist der Belehrer hier du darfst dich in den Embryer und dann hieß er und ab dort kam John Wieb nach auf dem Hof und dreiv mich da weil mich da auch verkehlen und ich soll die sage, ich habe heute bei meinem Haus gewonnen und dann habe ich aber keinem gesagt und dann sehe ich ein Weg, wo wir verlassen und wir werden da auch ja und wenn ich schuldig wäre dann fuhr ich mit 100 Dollar vatern dann fuhr ich noch Scharau ertraten und meine älteren und wir können dort antraten und dann verspringen dort dann trage ich mich drei durch an dann wäre wir ein paar Monate vier Monate am Haft klack 12 Uhr wir schleuten und meine Frühe wir schraubig wir fuhren den Doktor wir streuen dann äh wir schlafen wir schlafen ein paar sauerkalte Nacht klack 12 Uhr das ist ein Gas für mich dann war ich rütt bloß meine Becksen die ist sehr kalt und ich war so ein Gas und die konnten dann ankommen und ich war gespattet fertig sein wir waren mit meinem Pick-up kommen die fünf Monate an mich wo ist dein Fuhrer und dann ist es reingegangen und ich war dann gesagt du hast mich auf eine Dreherbank und ich habe die Schlagbecksen und du warst hier nicht verloren nur weil wir wollten wo das Dreher ist wo du gebraucht hast in der Chip wo du hast Bälle gemerkt von alle Frühe von meinen Tauern von wo reden die ich wollte nicht von wo sie reden das habe ich kein Müllchen tun die schwein da war zu sagen mit der Schlag der Wied wo sie sich überdenken können fuß reden sie mit mir an und ich habe gesagt ich weiß von nichts dann sollte man mitfahren verantwortlich kommen wo war wir alle sehr reing aber meine Mönche die wollte nicht mitfahren gehen und äh die wollte meine Mund angehen mitfahren ich werde bis anwachsen wie es sehr kalt dann wollte meine Frühe so ein Nangu klarer holen für mich da ich mir bieten soll fahrern mitfahren dann sag ich meine Frühe das war nicht schoffen ich konnte Nangu sich mitfahren ja dann müsste meine Frühe gut verdrehen ich wollte nicht mitfahren ich konnte nicht mitfahren ich konnte nicht mitfahren aber meine Frühe kein Matbad verlieren dann trage ich mich an und die sehen dass meine Frühe nicht mitfahren war meine Frühe besannungslos war ich weiß nicht nichts von so wie ich immer wie ich tüsse was und er wird schwein ja dann wollte ich dann sagen dass meine Frühe beschwein ja dann haben wir unsere Tode kommen wir dann müssen wir fahren auf eine Seite und dann verschlägt von den Mannern die haben wir dann hängen und pick-up das steht dann vor und wir stehen mit den Jungen die Leute nicht mit den Jungen reden nichts da war ich los ich soll ein Tode tun ich soll ein Tode tun und ich war immer von meiner Arbeit danach war ich schwer in der Schmiedehof und danach war ich hier und am nächsten Tag und am nächsten Tag ich war hier ich würde schief machen und sagen ich muss die Tode machen und es ist da treffend ich treffend und treffend und ich konnte nicht mehr mit den anderen Jungen reden dann haben sie mich mit den anderen Tarp vor Zandje Schuhe ich weiß nicht was ich soll ich weiß dass die Nachhine war am Miesern und wenn sie kiegt nicht noch fahren die haben mich hing auf dem Bau das wird dann der nächste Tag mit 140 oder? ja und zwei Mal haben sie auf dem Fahren wenn sie kiegt nicht noch fahren und ich kiegt nicht noch hin wie viele kleine Menschen und sagen ich weiß nicht ich lebe hier hier auf ich habe sie vom Bauern und habe sie fortstellen und ich ran und sprang mit den Türen und der Gewaltstrieb dann berät die am Viertag komm hier komm hier komm hier auf einem der sagte ich rammel und hier etwas das ist der rammel also hier fiel versahst du schmetst mich die 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 dann bin ich nicht in den Raum dann wollte ich jemanden und andere darf nur meinen Schwer älteren dann bin ich besser erwähnt wie Tau dann wollte ich mich einfach noch andere Knie zu gehen wo ein Freund hat mich durchgehalten so einen Traum zu kommen und dann kam ich mich mitgehalten und da steht dann, dass ich drei und dann mit mir sein und wenn ich drei habe dann weiß ich, dass ich nicht mehr wir dann erst drei werden was tun und dann kam ich an meinen Vater und andere in Jettniefeld mein Vater Japp Bollmann sie können die Füße überreden ich bin beschuldig, ich bin beschuldig und sie sagen, die, die für mich sagen die mit mir mit zu sagen sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen sie sagen, sie sagen, sie fahren drei und wir haben vor dem Füße in der Jaffstunde, die, die Jaffstunde sagen, du wierst nicht Jaffstunde aber die haben einmal gesagt sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie brauchen mich zu schön zu essen wie alle geht, das habe ich nicht überklären, aber wir haben die Aptiten zu essen, so dass die mich nur rübermäßig drehen mit dem Tod, weil die mich verbrennen und wir haben alle mit dem Besuch in den Tau stand und dann haben wir einländische in den Träumen und mit dem , weil sie in den Träumen weggehen und die in die Träume die debel zu nennen sagen sie sag' ich aber ein bisschen schlafen die debel sollst du nennen sein dass dir wieder wissen wir haben uns halt erinnert da ist er so interessanter das heißt in den Dachlnachleute kommen wir nicht auch die Menschen werden wir nicht raus alle im Fenster werfen wir am Boden wenn wir gleich miteinander beten und ich habe mir das Gefühl, dass ich das nicht geliebt habe, dass ich das nicht verstehe. Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht geliebt haben, dass ich das nicht verstehe. So, und wir haben dir oft gesagt, dass du nicht mehr betest. Oh, aber die Jungs, wir wollen den auch mal haben mit alles. Die Geschichte wird bloß zu viel geraten, bloß einmal geraten. Und einer weiß auch nicht mehr, wo das überhaupt sollte sein. Das sind meist nicht nur wir, du fährst. Ja, also, das Beten, das sehen wir im Hof. Wir wollen nicht einfach aufsagen, beten wir nicht, beten wir nicht, sehen wir nicht, aber prallen und deuten. Das ist das Schleichste Wirt, wo dann die Kruse wohl nicht denken kann, da prallen und deuten. Das ist das Schleichste Wirt, wo dann die Kruse wohl nicht denken.